Oh, hallo! Lange nicht gesehen, oder? Du hast dich sicher gefragt, was aus unseren Kammerjägern geworden ist. Ich erzähle es dir. Nach Handsome Jacks Tod und dem Sturz von Hyperion herrschte Frieden auf Pandora. So weit das geht. Da ihre Mission erfüllt war, richteten die Crimson Raiders ihre Augen auf die Sterne. Du erinnerst dich an den Kammerschlüssel, oder? Diese Karte mit den schwebenden Hologrammen, hm? Die Kammerjäger glaubten, dass sie damit zu Kammern in der Galaxis kämen. Nur vergisst man beim Blick nach vorne oft auf das zu achten, was hinter einem ist. Ich verstehe nicht, warum wir noch auf Pandora sind. Wir sind den Kammern keinen Schritt näher gekommen. Diese Karte ist die größte wissenschaftliche Entdeckung der Menschheit. Und Mordecai nutzt sie als Untersetzer. Na und? Wir wissen immer noch nicht, um welche Planeten es geht. Ich fliege nur ungern blind. Sanctuary wird nur durch Klebeband zusammengehalten. Schafft's kaum in der Luft zu bleiben und sicher nicht den Planeten zu verlassen. Wir müssen etwas tun. Die wollen die Raiders auflösen. Viele meinen, Pandora braucht uns nicht mehr, seit Jack weg ist. Wir brauchen einen Anführer. Sie will den Job nicht mehr, Mann. Und kannst du's ihr verübeln? Wenn man sagt, was zu tun ist, werden manchmal Leute dabei verletzt. Keine Wahl zu treffen, ist auch eine Wahl. Also, wir haben keinen Plan. Kein funktionierendes Schiff. Und eine Limo-Dose auf dem Kammerschlüssel... Lil! Wir brauchen eine Entscheidung! Was denkst du? Ellie? Das sind nicht die Triebwerke, Lil! Hier ist Lilith. Sanctuary wird angegriffen. Alle Zivilisten sollen sofort die Stadt verlassen. Crimson Raiders, zu mir! Was sind das für Typen? Was sind das für Typen? Geht los, Prinz! So, wie vor euch hier! Da kommt immer mehr! Ich bin mir vergessen, was da denn! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bist ihr? Früher mal war Sanctuary der Stolz von Dahls Minenflotte. Jetzt ist es wirklich sehr verfallen. Ich hoffe, es macht euch nichts aus, aber ich war so frei, einige Upgrades vorzunehmen. Im Klartext für euch, Deckung. Zurück, ihr Platzenpenner! Das ist mein Königreich! Ich habe es zuerst besetzt! Bro! Diese Platzenfreaks sind zurück! Okay, okay, errettet mich! Jeder, der nicht gerade Blätter im Maul hat, soll verdammt nochmal in den Kurs! Hallo? Hallo? Irgendjemand? War der Bär da? Milzmicky? Mama Schnaufstein? Kratzigratz! Oh nein, du nicht auch! Du warst der Härteste von allen! Was ist das? Ich höre blutrünstige Mordlust und ich liebe es! Wer du auch bist! Mysteriös, aber nicht! Töte! Töte! Töte diese Platzenfreaks! Und wende das Blatt! Wie sieht es mit dem Blatt aus, ha? Immer noch am Elfen? Ja, verdammt! Schreibe diese Platzenpenner in Stöcke! Ein geheimnisvoller Retter! Unterarbeitung! Ich bin in einer Art Mischung aus Zirkus und Bar und genieße eine uralte Pizza mit verwässertem Alkohol. Ein klasse Lebensstil, Leute, aber er hat euch weich gemacht. Eine Armee verrottet von oben nach unten. Ich habe meine Leute aus dem UIN geführt, die etwas gegeben, woran sie glauben konnten. Deshalb folgen zu geben. Wir sind neu, Pandora. Wir sind die Männer, die sich krumm buckeln für ein versprochenes Paradies. Aber man hat es uns gestohlen. Jetzt holen wir es uns zurück. Angefangen mit eurem Schiff und eurem Schlüssel. Jetzt steht das Paradies bevor. Und wenn ich das Leben aus jedem Einzelnen auf diesem Planeten herauswirken muss, um es zu erreichen, dann werde ich das tun. Und wenn ich das tun habe, dann werde ich das tun. Verdammt! Ein Kammerjäger! Langsam, langsam, keine voreiligen Schüsse auf mich, okay? Ich heiße Worn. Ja, ich weiß, wir sollten so was wie Todfeinde sein, aber ich weiß auch nicht, der Feind meines Pflanzenfeindes ist mein Freund, oder? Ja, genau so sieht es aus. So als hätte dich Hector auch rausgeworfen, was? Tja, wir sollten unsere Kräfte vereinen. Willkommen in meinem Lager, dem Backburner! Hä? Hectors Pflanzenfreaks können jeden Moment zurück sein. Wir sichern besser das Lager, Kammerjäger. Die Firewall des Backburners wurde zerstört. Ich rede von echtem Feuer! Wir müssen die Sicherheitsrelease zurücksetzen, damit die Firewall wieder brandt! Ich habe auch mal eine Kammer geöffnet, hab mich vom Hyperion-Buchhalter zum Kammer-Typen und dann zum Banditen-Kriegslaut hochgearbeitet. Lange, aber wirklich berührende Geschichten. Erzähl ich dir mal irgendwann beim Grillen. Ich und mein Banditen-Klan hab drüben im Wrack der Helios-Station gelegt. Dann tauchte Hector auf und befahl uns, ihm unsere Moonshot-Kanonen zu geben. Aber wir so, keins zu vergessen, Bro! Und dann, dann ist es nicht so gut gelaufen. Wir haben versucht, Hectors neue Pandora-Armee zu bekämpfen, aber wir hatten keine Chance gegen sie. Ich hätte meinen Clan wahrscheinlich mit mehr als nur Hyperion-Laser-Foltern ausrüsten sollen. Lektion gelernt. Ich und die Überlebenden haben uns hier versammelt. Die Bereiteten, uns darauf vor, erheblos wieder einzunehmen, als Hector einen Gasangriff startete und alle außer mir in Pflanzenfreaks verwandelte. Chet stolziert dieser Typ herum, als wäre er Megapräsident von Pandora. Naja, egal. Weißt du, Pandora ist wie die Luft oder Fleisch oder Unterwäsche. Es sollte geteilt werden. Und falls Leute aus meinem Clan überliebt werden, dann kommen sie angerannt, wenn sie ein Feuer sehen. Das tun sie immer. Das ist so cool. Du hast es geschafft! Wenn Hector noch mehr und Flasenfreaks sind, sind gewahrt. Das hat sich gewahrt. Es ist ein Trick gemacht. Die, der es jetzt mit einem Blut packt. Also ich hätte nie gedacht, dass ich mich mit einem dreckigen, stinkenden Kammerjäger wie dir zusammentun würde. Aber Pflanzenfreaks und Gasangriffe erfordern verzweifelte Maßnahmen. Dieser Penner Hector, den Kerl machen wir fertig. Blut packt! Blut packt! Blut packt! Da bleibt bestimmt Penner Hector.